Es hat doch etwas länger gedauert. Nun aber sind die ersten e-tron Modelle bei den Händlern und für eine erste Probefahrt bereit. Wir wollten im Nachgang wissen, wie der erste vollelektrische Audi bei den Interessenten ankommt. Der e-tron wurde perfekt aufgenommen von den Kunden, vor allem weil es eben ein richtiges Fahrzeug ist. Das heißt, die Elektroautos, die es ja bis jetzt am Markt gegeben hat, waren natürlich durchaus spannend, weil sie natürlich vor unserer Präsentation des e-tron eingeführt worden sind. Wir haben einen permanenten Quattroantrieb, das heißt Allrad, wie es unsere Kunden auch gewohnt sind und die Verarbeitung ist top. Durchaus begeistert war man beim Thema Antrieb und Verarbeitung des neuen Audi Modells. Dennoch war die häufigste Frage anlässlich der Präsentation eine andere. Am meisten interessierte die Kunden die Alltagstauglichkeit und das heißt natürlich ganz besonders bei so einem Elektrofahrzeug die Reichweite. Das wurde am meisten nachgefragt, weil natürlich das auch sozusagen den täglichen Nutzen am meisten beeinflusst. Zum täglichen Nutzen zählen beim Audi e-tron auch viele Unique Selling Points, die die Kunden beeindrucken. Also als erstes einmal die Lademöglichkeit von 150 kW. Das ist ja momentan Benchmark in dem Bereich. Ebenso die Anhängevorrichtung, die wir mitliefern können mit einer Anhängelassen von bis zu 1,8 Tonnen und die Reichweite laut WLTP gemessen mit 417 km. Auch für den Audi e-tron kann man sich über eine eigens dafür vorgesehene Plattform für Probefahrten anmelden. Es gibt die Möglichkeit natürlich direkt beim Händlerbetrieb, so wie bei uns auf borsche-gas-lievenaar.at sich anzumelden, auch telefonisch anzurufen oder österreichweit gibt es die Möglichkeit auf probefahrt24.at ein Fahrzeug in der Nähe, das möglichst nahe bei einem Händler zur Verfügung steht zu finden. Mit dem e-tron scheint Audi nun auch in der Praxis die Elektro-Offensive eingeläutet zu haben. Eine andere Karosserie-Variante und eine Q4-Version folgen in Kürze. Jetzt Probefahrt buchen auf www.probefahrt24.at